so und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen folge von thera online so schauen wir mal jetzt mache ich auch mal meinen timer an hätte ich fast wieder vergessen ich habe irgendwie das gefühl wie sollte mal audio ist gar nicht so laut spezial effekte effekte machen wir mal ein bisschen leiser hatte mal ich sehe da oben gerade die gilige liste einladung die gestalten alles klar den habe ich doch vorhin schon gesehen oder wenn ich mal mehr zeit aber dann machen wir das dann gehe ich auch in die gilde rein so als ich mit dieser klasse geht es echt recht fix weil die halt so geilen flächen schaden macht so und fertig sind wir gar nicht zählen gar nicht dazu ach man jetzt sind wir fertig und wir haben sogar noch ein relikt dazu bekommen besser geht es nicht so wo ich irgendwo hänge fest alles klar ok eng an die wand ihr scheint was drauf zu haben aber wo es eigentlich kann tuse keine ahnung so was haben wir bekommen ok ok gut wunderbar neue ausrüstung neues glück hallo nice wo wir es verlangt da hier nein da es fehlt ja überhaupt nicht auch wenn sie wird und spricht den schleier lüften kam ja ihr könnt mich nicht retten schnellen bringt euch in sicherheit lakanos hat hallo ja ok ja es war ja klar das war ja klar eine muss immer leben man kann ja unterscheiden gucken hallo da ein bisschen da war irgendwo da auch hier muss ich lang da kann uns und die nachkommen lochs machen gemeinsame sachen das war doch klar hat eine hohe priesterin um vergebung er sagte seine magie reiche nicht aus um den verwunschenen bald zu verderben die hohe priesterin sagte er solle sich nicht sorgen was jetzt käme sei noch wichtiger sie befahl ihm kann ja weiter anzugreifen dann sahen sie mich ich floh aber zu langsam ich kann nicht mehr sagt dem primus ich hätte es versucht ja ja natürlich halb am sterben aber trotzdem umstehen da kann ich es muss aufgehalten werden da kam das versteckt sich im lager der die warner nördlich von der wassel war ich werde es nicht überstehen ich bitte euch sie müssen aufgehalten werden fühlen frieden kann du sagst du sagst du sagst mir nochmals ob es wirklich lokus nachkommen waren lokus lokus nachkommen waren kommt zu euch kann du sagen nein 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 nicht so ihr dürft so nicht sterben kann du sagen kam ja schlurzt eine weile ich kann mich noch nicht gudi 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 was ist das da gesamtzeit okay ach so ach ich muss noch mal besiegen hat er nicht gezählt für mich schon wieder was soll die kacke hier so jetzt hat aber wunderbar ich denke da dürften noch mehr von ihnen sein so schöne ohrring aber bekommen so was haben wir noch wir haben einen brief bekommen waldkirn förderation ihr habt waldkirn hier ist eure belohnung macht also alles klar die hier minderwertiges geheimmittel versorgungsgüter der förderation was ein heimittel noch mal ein mittel und wir haben eine geschenke box so angenommen haben was ja moin noch nicht so ja was wo was müssen wir machen die macht hinter den devanern wo denn das dürfte es doch jetzt gewesen sein oder waren die einbräuch noch ja ja hey das war sowas von klar ne drei stück krieg auf einmal und dann wenn ich wirklich nur noch einen brauche bekomme ich keins ach kommt schon es ist wirklich ganz eigenartig hier ach komm mal her mir auch du auch und du auch und weh ich hab nichts ich will wenigstens für ihn für den abschluss der folge möchte ich gerne noch so ein relikt haben wenigstens darf doch nicht so schwer sein hier ich krieg das nicht mehr denn schlimm boah alter ach ihr wollt mich doch tollen ja ohne spaß also ich bin jetzt ein paar und wenn da keiner so ein scheiß so ein scheißer tier dann drastisch auch auch mehr alter keiner hat so ein relikt richtig toll aus aller ach man na ja da gehe ich erst mal zum punkt wo ich hier muss finde kam ja die tiefe in das versteck vor gedrungen ist vielleicht kriege ich ja da auf den weg halten relikt oder so keine ahnung wäre ja mal schön so auf gut glück auf krampf holen wir uns jetzt das relikt mit ansage hier mal nächste mit ansage habe ich auch gesagt wunderbar sagen jetzt können wir uns diese waffe herstellen so die ist aber erst für stufe 20 stufe sind wir denn wir sind stufe warte mal ähm nein ähm äh nein keine ahnung ach p für profil klar wir sind stufe 19 wunderbar also in der nächsten folge wisst ihr bescheid können wir diese waffe tragen dann bedanke ich mich dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten mal